Der digitale Impfpass macht das Mitführen des gelben Impfheftes, in dem die persönliche Corona-Impfung dokumentiert ist, in Deutschland überflüssig. Doch gilt die CovPass-App auch im Ausland? Das digitale Impfzertifikat ist die deutsche Umsetzung des europäischen Covid-Zertifikats. Damit lässt sich in allen EU-Staaten nachweisen, ob man geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Sowohl die Corona-Warn-App als auch die CovPass-App können demnach im EU-Ausland verwendet werden. Zudem akzeptieren Norwegen, Island, Liechtenstein und die Schweiz den digitalen Impfpass. Die Apps müssen nicht in der Landessprache verfügbar sein, um als Nachweis zu gelten. Mit Prüf-Apps können die Behörden vor Ort die Zertifikate einscannen und auf ihre Echtheit überprüfen. Selbstverständlich können Reisende auch die Papierausdrucke mit den QR-Codes mit sich führen, falls es Bedenken wegen der Apps auf dem Smartphone gibt. Ausserhalb der EU kann die CovPass-App nicht als Impfnachweis verwendet werden. Hier ist weiterhin das gelbe Impfheft erforderlich. Laut dem Bundesgesundheitsministerium laufen derzeit aber Gespräche auf internationaler Ebene zur Anerkennung des digitalen Impfpasses. Untertitelung des ZDF, 2020